Wir wollen jetzt, dass die Professionalität im E-Sport-Bereich in Österreich hoch wird. Dieser Ruf nach Bootcamps, der ist immer schon da gewesen. Der Boost, den man hat, ist unfassbar. Das hat einfach viel mehr Effekt, weil es einfach eine ganz andere Bindung ist. Für uns ist es deshalb wichtig, solche Locations zu haben. Nur so kann man stärker werden, dass man sich international etablieren kann. Das bei uns ist nicht ein normales Internetcafé, wo man einfach hingehen kann und zwei Stunden zocken. Was wir wollen, ist, dass die Leute herkommen und einem Verein beitreten oder einer Organisation beitreten. Dass sie das regelmäßig machen und dass sie sich bewusst dazu entscheiden, mehr zu tun, als einfach nur ein bisschen Gamer. Ich denke, E-Sport in Österreich generell wird jetzt einen Schwung erleben und eine Professionalisierung, dass das einfach unumgänglich sein wird. Dass er eins diesen Schritt wagt, finde ich sehr gut. Wir wollen mehrere solcher Hubs eröffnen in ganz Österreich und Vereinen zur Verfügung stellen. Man kann nicht immer nur sich zurücklehnen und warten, bis was kommt. Man muss einfach mal über den Tellerrand hinaus blicken und den ersten Schritt machen.